Also Vielfalt ist für mich wichtig, weil es mir Dinge erlaubt, die man früher hätte nie tun können. Wie zum Beispiel ein Ausgangsjahr in anderen Ländern machen. Ganz konkret zum Beispiel England oder die USA wären früher nie möglich gewesen. Auch finde ich von den Leuten, die man hier auf den Straßen treffen kann. Wie Leute, die aus anderen Ländern kommen.